Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 6.7.2021. Unser DAX hat sich hier bis zum Kreis gedreht zum Montag, natürlich vielleicht auch bedingt durch den amerikanischen Feiertag vielmehr. Wenn die Amerikaner Feiertag haben, macht in der Regel auch in Deutschland und in allen anderen internationalen Börsen, die Jungs und Mädels einfach mal ein bisschen eher frei, weil da in der Regel dann am frühen Vormittag schon nichts mehr geht. Und ganz so wenig ging nicht im DAX, also es ist schon verhältnismäßig viel gewesen, was er geleistet hat. Vom Ergebnis natürlich nichts sagt. Also wir hatten gestern darüber gesprochen, wir können das Video eigentlich auch ziemlich kurz machen, weil wir sind gestern sehr ausführlich eigentlich auf die gesamte Ausgangslage eingegangen. Und an der hat sich gar nichts verändert. Also wir haben den gleichen Tagesschluss wie gestern und müssten Hangyman jetzt im Tagesschart mit dazustehen. Es sah mir ein bisschen danach aus, wie er es probiert hat, mal nach unten. In dem Falle sollte der hier auf diesen Trend ran laufen, auf die 15.50. Das hat er getan, die hat er angetriggert, deutlich wieder zurückgezogen, Gap auch zugemacht. Das ist schon fast ein bisschen zu viel eigentlich. In der Regel wäre es üblicher gewesen, hier einfach flach jetzt hochzulaufen, um dann am Dienstag drunter zu setzen. Aber wie gesagt, Hangyman im Tagesschart, das heißt, das gilt genau das gleiche wie zum Vortag. Wenn der wieder anfängt, nach unten zu laufen, sich hier runterhangelt, die 6.35 nach unten bricht, 6.50 nach unten bricht, dann kann er durchaus auch da nochmal hin. Ein bisschen höher, würde ich diesmal denken, halt einfach aufgrund der steigenden Trendlinie, so um die 5.60 rum, würde er eine Reaktion erzeugen. Alles, was tiefer geht, würde dann auf 15.5.10, 14.4.60 und bestimmt auch schon tiefer hingehen oder hindeuten, insbesondere wenn die Tiefs zum Nachmittag kommen. Aber es ist natürlich auf der Oberseite nach wie vor so, die Kante ist ganz klar, die ist eindeutig dort und die steht bei 15.710, 15.700. Sollte der das überwinden, sollte der da rumschauen, sollte der da ran springen und drüber gehen, macht er sich erst mal Platz nach oben frei. Das heißt, er könnte dann 15.780, 15.800 im ersten Anlauf direkt erreichen und vielleicht sogar schon ein neues Allzeithoch. Das ist kein Akt, das ist nicht viel, es sind keine 150 Punkte, die er dafür machen muss. Ja doch, es sind genau 150 Punkte, die er dafür machen muss, aber, ne, also das ist jetzt kein großer Kraftakt. Ja, deswegen würde ich schon sagen, oberhalb von 15.710, solange da keine markanten roten Kerzen reinkommen, dann einfach oben rauslaufen lassen halt. Man sieht das, wenn er umdrehen will, man sieht das, man erkennt das. Den kann man sich da auch nochmal dranhängen oder vielleicht auch mal einen Long nochmal kurz zurückstellen. Das sieht man, wenn der umdreht, da muss man bloß ehrlich genug zu sich selber sein. Ja, und ansonsten, wie gesagt, hätte er auch Platz bis 49 durchzulaufen. Bis Donnerstag rein dann, also wenn er am Dienstag oben rausrennt und nicht zurückkommt, darf man davon ausgehen, dass der Mittwoch nun kein Umkehrtag wird, sondern der Mittwoch einfach oben zur Seite und dann stellt er zum Donnerstag nochmal schöne Hochs oben raus. Das wäre dann mal eine Andersrum-Woche. Ne, Andersrum wie die letzten Wochen, ähm, dann zumindestens hier oben raus in der ersten Wochenhälfte. Die letzten Wochen waren allerdings eher so Montag schon mal so ein bisschen vorschwach, Dienstag dann auch schwach, Mittwoch hat es dann nochmal richtig runtergedrückt, dann hat er Donnerstag einen tief gesetzt, sich stabilisiert und der Freitag wieder nach oben gezogen. Das ist das, was wir die ganzen letzten Wochen hatten. Gehen wir dem Konzept nach, würde das ganz gut passen, dass ich zum Dienstag jetzt hier, versucht nochmal an der 65, ne, und machte zum Nachmittag neue Tiefs, dann kann das auch schon tiefer gehen, beziehungsweise über den Mittwoch dann natürlich auch noch weiter tiefer gehen, dann wären wir wieder genau in dem gleichen Wochenrhythmus, wie wir in den ganzen letzten Wochen haben. Deswegen würde ich das nochmal ein bisschen im Hinterkopf behalten, ähm, aber trotzdem, ist und bleibt die Kante oben, die bleibt ganz klar, braucht man nicht drüber sprechen, dann geht er da drüber und bringt ein Kaufsignal. Wenn das dann wieder bloß ein Felsignal wird und harte, rote Kerzen dahinter entstehen, dann darf man das werten und dann geht es zurück auf die 5, äh, auf die 6,60 und wenn die dann nicht stabilisieren kann, dann geht das gleich tiefer bis zur unteren Kanalkante durch, ne, das ist relativ klar, aber solange da keine markanten roten Kerzen hier oben reinkommen, nicht verrückt machen, aber auch wenn er hier oben bloß flach zur Seite hampelt, das ist eher ein Zeichen für Long, dann, ähm, Schwäche muss ich zeigen am Markt, ne, und habt ihr auch hier gesehen, ne, früh richtig Schwäche gezeigt, da kamen richtig fette, rote, markanten Kerzen, da hat, da hat man gesehen, das sind keine grünen Kerzen, das geht auch nicht nach oben, da hat man gesehen, das geht runter und dann kommt auch immer noch was hinterher halt, ne, es ist nicht immer bloß die eine Kerze, die da drin steht. Also, in diesem Sinne würde ich es dabei einfach heute schon belassen, wie gesagt, zum großen Blick haben wir gestern angeguckt, ausführlich genug auch, denke ich, ähm, auch wenn es dem einen oder anderen schwer fällt, sich dann zu konzentrieren, ich glaube, das gehört einfach auch mal dazu, dann muss man sich vielleicht auch zweimal dran setzen, ähm, damit man die Wertlichkeit da auch raus ist, das sind wichtige Informationen, die ich damit gebe, ähm, das dann abzustellen will als wertlosen, wertloses Blabla, kann man für sich selber so entscheiden, würde ich nicht so machen, wenn ich mir die Mühe mache und eine Analyse so lang angucke, dann sollte ich auch gucken, was will mir derjenige tatsächlich sagen, und, ähm, da habe ich, denke ich, auch ein paar Sachen rausgegeben, die wir sonst nur an die Premium-Leute bei uns verschicken, und von daher, ähm, will ich mich dann manchmal leicht verwundern, wenn dann Leute drunter schreiben, dass es absolut nutzlos ist, aber vielleicht fehlt da auch einfach was, dass die Leute das erkennen, ich weiß es nicht, was da fehlt, aber ist egal, also vielleicht da einfach ein bisschen Aufmerksamkeit drauf, wie gesagt, das, da haben wir wirklich relativ tief drüber auch gesprochen, wo ich ganz konkret den Markt die nächsten Wochen, Monate auch vielleicht sogar sehe, ähm, wer da gar nichts mit anfangen kann, kann da nochmal reingucken, ähm, in Zweifel, schreibt uns eine Mail, dafür sind wir auch immer da, schreibt mir auch für die Leute, die eben nicht Premium-Mitglieder bei uns sind, das haben wir auch schon immer gemacht, das werden wir auch immer weitermachen, ja, Punkt, aus, fertig, ansonsten steht uns der kostenlose Chat auch bei uns auf der Seite, kann auch jeder da drinnen rumfragen, gerne Fragen stellen, das ist mir am liebsten, so dieses, böh, 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 ihr seid alle doof, das brauchen wir dort nicht, das wird auch unterdrückt, ähm, das ist, denke ich, ganz klar, das soll eine positive Stimmung sein, damit alle sich untereinander auch ein bisschen helfen, das ist das Ziel, auch wenn es nicht immer gelingt, das ist natürlich klar, es hängt an jedem Einzelnen, der da drinnen mitwirkt, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz verträglicher Chat, und von daher kann man da gerne mal mit reingucken, so, was bleibt mir sonst zu sagen, viel Erfolg zum Dienstag, ne, also, ich hab ein Hanging-Main-Trende stehen, ich wär ein bisschen vorsichtig, wenn er anfängt, nach unten zu treiben, aber oben 7,10, das sind so die Punkte, auf die ich achte, ähm, über 7,10 hat er für mich Vorteil auf der Oberseite, das ist einfach so, ne, kann man nicht von der Hand legen, das ist zweifelsohne schon fast ein steigendes Dreieck hier, ne, ganz eindeutig, also, ich mach zu, wünsche euch Spaß, wir hören uns morgen wieder, bis dann, tschüss.